Im Zuge der Kussaffäre im spanischen Frauenfußball hat die betroffene Spielerin Jennifer Hermoso formell Strafanzeige erstattet. Dieser Schritt sei Voraussetzung für eine Fortsetzung der Ermittlungen gegen Verbandspräsident Luis Rubiales, hieß es aus dem Büro der Staatsanwaltschaft. Rubiales wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. Rubiales hatte nach dem Sieg der spanischen Nationalmannschaft im Finale der Frauen-WM in Sydney am 20. August den Kopf von Hermoso mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Das Verhalten des inzwischen suspendierten Verbandschefs löste internationale Empörung und eine Krise im spanischen Fußball aus.